So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry Ich sage, dass du die Öffentlichkeit überraschst. Seine Radar-Systeme werden dich schnell auf dem Wasser holen. Wir sind gerade auf dem Weg nach da oben und ich komme natürlich da, hier, da komme ich nicht hoch, da muss ich außen rumlaufen. Scheißdreck. Zeug dir mal so ein Grappling-Hover, das ist so ein Scheiß. Jetzt gucke ich mal, wie ich hier links um die Insel rumkomme. Oh, hallo? Steht jemand? Oh, da steht noch mehr jemand. Ähm, ja, was macht der Typ da? Treffen wir da wieder während der Meister, ich bin gleich tot. Da hinten fließen wir auch immer her. Braucht dringend Heilung. Und ein Sniper-Gewehr. So, okay, wo schießt der Herr? Hä? Kannst du da oben? Ach, das ist ein Wachturm, okay. Moment, das mache ich vielleicht mit Markett-Hover. Kann ich hier zoomen? Ja. Äh, wo die Luft anhalten geht nicht? Ich hoffe, wenn ich triffe das. Ist doch irgendwie nicht so richtig. Lol. Ja, die Rakete ist durch den Wachturm durchgeflogen. Vielleicht schließe ich oben gegen das Dach. Wenn es klappt. Irgendwie auch nicht so richtig. Warum lassen sich jetzt alle keinen Kevlar mehr fallen? Ich habe mich jetzt nur ein, zwei Mal trifft, dann bin ich tot. Direkt vor mir steht auch einer. Irgendwo. Ja. Ich denke, ein bisschen Kevlar wenigstens. Ein klein bisschen, aber... Wohnt sich eigentlich gar nicht so wenig wie das ist. Äh, deutscher Wachturm. Deutscher Typ. Oh, wow. Das ging ja gut. Die Typen sind jetzt alle in die Richtung gelaufen, wo ich vorher war. Ich kann jetzt... Oh, ich habe gerade einen Schauschütz geschossen. Oh, oh. Ich habe gesehen. Ich habe auf jeden Fall gesehen von irgendwas. Ich bin dann hier irgendwo in die Zelte. Aber die können ja durchschießen, wie wir wissen. Irgendjemand schießt auf mich. Irgendjemand sieht mich. Irgendwo her. Keine Ahnung woher. Komm, hier muss doch irgendwo Kevlar geben oder sowas. Das gibt es doch nicht. Äh... Das war ein Schauschütze, der durch die Wand geschossen hat, so wie es aussieht. Na, vielen Dank auch. Jetzt darf ich den ganzen Scheiß normal machen, oder was? Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. So. Was runterwerfen? Vielleicht kann ich damit jemanden erschlagen. So. Was macht denn der? Äh... Ja. Okay. Bei mir. Dann verschwindet halt. Dann laufe ich hier runter. Dann guck mal, ob es da unten noch was interessantes gibt. Außer dem Gegner. Jep. Ich hoffe mal, hier gibt es ganz viele Snipergewehr. Munition, ganz viele Snipergewehr-Munition. Äh... Hallo? Check. Bist du zu blöd zum Laufen? Oder bin es ich? Äh... Irgendjemand läuft hier rum. Bist du mich verarschen? Wieso hat das jetzt wieder nicht getroffen? Da war eine unsichtbare Wand im Weg. Jetzt will ich mal wissen, was hier drin ist. Da steht einer. Lol. Okay. Interessant. Ach so, da komme ich von der anderen Seite von der Insel durch. Hätte ich das mal früher gewusst? Egal. Im Moment, hat hier unten vielleicht noch jemanden ein Snipergewehr? Hm. Jedenfalls bin ich jetzt noch recht gut an Munition und an... Äh... Könnte von Vorteil sein, aber... Ich muss mal das Boot wegschießen. Hätte sie aus dem Floß hier. Könnte ich mit dem Fahren? Dann lieber das Boot zum Fahren, da kann ich auch schießen. Dann bleibt wieder vorne. Dann muss ich sie nur noch treffen. Oh oh. Das war... Knapp. Bleib mich am Arsch. Das war knapp. Es ist lustig, wie sich die Palmen in der Ferne immer aufbauen. Der Gegner wurde auch nicht gerendert gerade. Schön. So, wäscht der andere hin. Äh... Wo ist der andere hin? Nein! Falsche Tasche. Moment, ich will ja keinen schießen. Und? Juhu! Guck mal, ob das was trifft. Scheiß Sniper da auf den Türmen. Ich will die alle hierher locken und dann abknallen mit meinem Boot. Das ist der Plan. Aber vielleicht lau ich jetzt doch erstmal da lang. Und scanne erstmal mit meinem Pferdglas. Oh! Jemand hat ein Fahrzeug angemacht, so wie es aussieht. Oder jemand kommt zu mir, so wie es aussieht. Ach cool! Ich kann das Boot sogar ins Wasser pushen. So praktisch. Na, das hätten sie ja vielleicht mal bei Battlefield am Anfang einbauen können. Ich muss hier mal mit dem Messer dagegen hauen. Ich glaube bei Far Cry 3 kann man es auch ins Wasser pushen, oder? Das dauert ein bisschen lang, aber... Wir haben ja Zeit! Ich habe jetzt mehr an Land... Hä? Ja, größere Schubser wäre ja nicht schlecht gewesen. So oder ewig. Ich habe das Fahrzeug schon nicht zu mir gefahren, so wie es aussieht. Sonst wäre ich schon hier. So. Jetzt. Endlich. So. Erstmal wenden. Lass ich das Boot mal hier stehen. So. Da kann ich einsteigen, wenn ich mich zurückziehen muss. Ich kann die mit dem Maschinengewehr abballern. Dann laufe ich erstmal nach oben. Auf den Granatwerfer. Wahrscheinlich nur Funggerät. Wo ist der jetzt hingefahren mit dem Auto? Ähm. Irgendwas brennt da hinten. Wo sind die denn alle? Wanderfroher. Tausende Gegner hier. Okay. Das erklärt einiges. Sind alle hier direkt vor mir. Der Granatwerfer schießt nach mir, aber schießt irgendwie meilenweit vorbei, so wie es aussieht. Überlegende Position. Einwandfrei. Du kannst nicht schlafen. Äh. Äh. So, Moment. Du willst was? So. Wo schießt eigentlich die Granaten hin? Keine Ahnung. Jedenfalls. Hat er keine Ahnung, wie er mit dem Ding umgehen muss. So. Ich glaub das war's erstmal. Oh. Da schießt ein Sniper. Ich weiß nur nicht woher. Woher schießt der Sniper? Ich weiß nur nicht woher. Woher schießt der Sniper? Vielleicht geh ich wieder hier runter. Und spickel dann hier oben rüber. Da ist er. So. Das war der einzige Sniper hier. Lass mal Munition einsammeln. Äh. Irgendwie haben sich die Leichen in Luft auch gelöst. Baracks. Okay. Baracks Obama. Äh. Kevlar wären schlecht. Kevlar? Wollt mich verarschen. Nicht blind oder gibt's hier keinen Kevlar? Überall Heilung aber keine Kevlar. Die mir die Stiefel was? Nein. Keine Jump Boots. Ich look doch out. Oh oh. Vorne hat gerade. War ich selber in die Luft gejagt? Nein. Leider nicht. Ich komm jetzt alle von hinten. Von unten rauf gelaufen. Da ist ein Nächster. So. Hm. Äh. Jetzt brauche ich immer noch keine Heilung. Das wollte ich lesen eigentlich nur. Äh. Front. Schwein. Aktuell. Der Hölle von Coburg. Exklusivberichte von Überlebenden. Die besten Geschichten von der Front. Okay. Zettel aus dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht war Herr Krieger im Zweiten Weltkrieg dabei. Hm. Wohl er nicht. Wohl er nicht. What the fuck. Okay. Was ist das? Holy shit. Daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, dass es hier so eine geile Waffe gab. So was ein modernes. Future Weapon. Von Heckler & Koch. Wunderbar. Oh. Playmark. Girls. Von 45 Pages. Yep. So ein Heft habe ich einmal daheim rumliegen. Und zur anderen Seite. Redneck Today habe ich leider erkannt in dem Monstertrakt, das sich um Rednecks handelt. Hoops. Big Mullets. Big Guns. Huuuuh. Scheiße. Huch. So die Waffe hat auch Power. Das höhe ist schon am Klang. Ich hoffe nur, dass ich da nicht irgendeine extra Munition brauche. Ich glaube, da kann ich auch die G36 Munition nehmen. Äh. Irgendwie. Ich glaube nicht, dass es so gehört hier. Mit dem Spind. Der Spind doch. Der Spind. Ja. Griffler wäre nicht schlecht. Ähm. Wie sieht es denn mit Waffen aus? Okay. Ich habe ihn am Start hier. Erstmal das Snipergewehr nachladen. Wack. 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 Vielleicht nicht unbedingt neben dem Benzintank stehen. Der hat noch Raketen da oben. Welche Raketen habe ich? Vielleicht sollte ich die holen, aber ich... Ich werde gesehen. Ich werde gesehen. Ich werde gesehen. Aber von wo? Ähm. Ich habe gesehen, aber ich weiß nicht von wo. Das weiß man ja nie bei dem Spiel, wenn die Gegner durch die Hände gucken können. Hm. Okay. Macht das für mich keinen richtigen Sinn, dass die mich sehen. Und ich selber auch keinen sehe, außer den Tippen da unten. Zwei Meilen mehr entfernt. Der guckt aber nach mir, oder? Da. Ah. Da steht er. Wuuu. So, entweder war es ziemlich guter Schuss, oder die Waffe hatte ziemlich Power. Moment. Granaten habe ich hier auch. Oh. Wie praktisch. Ich kann da sogar mehrere Granaten gleichzeitig reinpacken. Ziemlich gut. Hier gibt es mal wieder nichts. Hm. Vielleicht soll ich doch ein Fahrzeug nehmen, um da rüber zu gerücken. Ein bisschen eins mit Bewaffnung. Da vorne steht ein Jeep. Was soll ich denn mal nehmen? Dann mal die P90 in die Hand. Dann laufen wir wieder schneller. Ähm. Hier müsste es noch Snipergewehr Munition geben. Ich gucke mal kurz, ob die Runde gefallen ist. Ich glaube es aber nicht. Ich will es nicht unbedingt auf jeden scheiß Wachtraum hochklettern, um Munition einzusammeln. Ich weiß auch nicht, ob sich das lohnt. Ähm. Ja. Zwei Schuss könnte ich glaube nur mitnehmen. Hm. Hier erstmal das Fahrzeug. Und zwar gemütlich da nach oben. Jagd den letzten Dinger in die Luft. Ja. Irgendwas habe ich gerade gesehen. Da ist schon einer. Da stehen noch mehrere. Da steige ich lieber aus. Ähm. Irgendwo ist da noch einer. Ja. So schnell kann es gehen. Wenn man seine Position verrät. Hier gibt es... Gibt es keinen Kiffler? Oh. Hab ich den jetzt in die Luft gejagt oder was? Oh. So. Letzter Tower. Kaboom. Das soll es tun. Sind wir hier fertig? Hör auf einen Moment. Das ist wunderschön. Die Signale sind noch gejagt. Crow muss irgendwo ein Backup haben. Hör auf. Triangulierung. Da ist es. Du wunderschön. Sie haben einen mobilen Backup auf einem Freighter gelegt. Oder habe ich das falsch verstanden? Vielleicht. Ich fahre jetzt jedenfalls mal mit dem Boot da lang. Wie ich sehe, ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Also verabschiede ich mich mal an dieser Stelle. Bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Far Cry. Tschüss. Tschüss. Duw Deixa es nicht. Tschüss. Zusehen. DuwgradInnen. DuwgradInnen. Untertitelung des ZDF, 2020